abdrengt miteinander. schön dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einem neuen video von mir heut das letzte mal gas kopf für heuer dann ist der sonn wieder gelaufen leider aber auf alle fälle würde ich die fahrten jetzt noch genießen die letzten vierten angelassen und heut gibt es einmal das erste mal von der go prozent aufnahmen schauen wir mal was rauskommt ob es eben süß oder nicht und ja viele eins die haben sie neu geschäbt und da sollten auch die einen oder anderen neuerungen drin sein und die werden wir uns auf alle fälle auch anschauen ich schmucke mich jetzt auf mein bike und wir sehen uns auf den trail um bis gleich so dann schauen wir uns einmal in die Iblei an gespannt das schaut aber jetzt auch schon wieder an jetzt aus oder? ab in die Iblei und eben ja 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 Da gehört mir fast der Schwung aus. Das haben sie auch neu gemacht, da haben sie ein Holzbrettchen, da haben sie einen Sprung gemacht. Oh nochmal einer, das ist ja cool, kleine Tropen, nicht schlecht, nicht schlecht. Ok, jetzt fahren wir nochmal rauf. Jetzt haben wir uns in den Umbau angeschaut, was neu ist drin und jetzt nehmen wir die ganzen Sachen auf der Wendt mit. Jetzt wissen wir schon ungefähr, was uns hier hat. Das ist eigentlich das Allerwichtige, dass man, wenn man eine Zeit lang nicht mehr im Bike fährt, wenn ich so da gerade am Anfang, dass er so noch drauf glitzt, dass man sich einfach überraschen lassen muss. Das ist die ganze Kornrippe dafür. Das ist die Kornrippe. Das ist die Kornrippe. Das ist die Kornrippe. Okay. Okay. da kriege ich keinen schwung außer von der kurve das ist kacke das kriegen wir dann auch irgendwo nach oben da 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 Das war's für heute. Das ist ganz schön eng da. Da kriegst du den Baumstumpf. Da kriegst du den Baumstumpf. Gutscht? Letzter route auf der Freeride. Der Baumstumpf. Der Baumstumpf. Der Baumstumpf. Der Baumstumpf. Der Baumstumpf. Der Baumstumpf. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 jetzt sagen wir mal einen Bredel um, dass ich direkt zu kurz komme da geht es da 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 da